Die Schulzeit ist für alle gleich? Keineswegs. Wer in Berlin oder Brandenburg eingeschult wird, hat sechs Jahre Grundschule vor sich. In allen anderen Bundesländern aber nur vier. In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann man die Gesamtschule nur bis zur 10. Klasse besuchen. In anderen Bundesländern kann man dort nach der 13. Klasse das Abitur machen. Und in manchen Bundesländern gibt es gar keine Gesamtschulen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017